Wir begrüßen Sie auf dem Vollfix-Kanal. In diesem Video geht es um den Reverse-Chart. Wir erklären die Idee dieses Tools und wie man es beim Trading einsetzt. Sie können einen Reverse-Chart in jedem Chartfenster öffnen. Wählen Sie im Feld Ö-Chart-Berechnungstyp e einen Reverse-Chart aus und klicken Sie e Aplü. Reverse-Charts können in Cluster- oder Double-Cluster-Charts, Box-Charts, Bar-Charts und Linien-Charts angezeigt werden. Die Idee hinter dem Reverse-Chart ist es, Umkehrpunkte auf dem Markt zu finden. Es gibt zwei wichtige Parameter im Reverse-Chart, Volatilität und Modell. Sie werden in Pips gezählt. Der Volatilitätsparameter ist also für die Trendbrüche verantwortlich, die wir auf dem Chart sehen. Damit sich der Chart umkehrt, muss sich der Preis beispielsweise um vier Pips in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Das ist der Wert, der im Feld Volatilität auf dem Bedienfeld angegeben ist. Wenn der Kurs vier Pips überschreitet, wird die lokale Trendumkehr auf dem Chart angezeigt. Der Modellparameter wird nach demselben Prinzip berechnet, ist aber für die Färbung des Charts verantwortlich. Wenn wir beginnen, den Volatilitätsparameter zu erhöhen, sehen wir, dass sich das Chart zu verändern beginnt. Mit anderen Worten, es gibt weniger Trendbrüche, da die Kriterien für die Anzeige eines Trendbruchs im Chart steigen. Ähnlich verhält es sich mit dem Modell. Bei einer Erhöhung des Modellparameters beginnt das Chart anders gefärbt zu sein. Wie wird das Modell berechnet? Wenn der Kurs die angegebene Anzahl von Pips gegen den aktuellen Trend überschreitet, wird das Chart in der entgegengesetzten Farbe eingefärbt. Jetzt fällt der Kurs, und das Chart ist rot, weil er sich zwölf Pips oder mehr gegen den jüngsten Aufwärtstrend bewegt hat. Das Chart wird erst dann wieder grün, wenn sich der Kurs um zwölf Pips in die entgegengesetzte Richtung des Abwärtstrends bewegt, also eine Trendumkehr anzeigt. Die Idee dahinter ist, die optimalen Volatilitäts- und Modellparameter zu finden, die eine Trendumkehr mit größerer Wahrscheinlichkeit signalisieren würden. Wie kann der Reverse Chart im Trading genutzt werden? Zunächst eine Warnung. Der Reverse Chart kann nicht das einzige Signal für die Eröffnung von Positionen sein. Er sollte nur in Kombination mit anderen Marktanalyseinstrumenten verwendet werden. Betrachten wir am Beispiel der gestrigen Trading-Session, wie dieses Tool in unsere Strategie implementiert werden kann. Nach 10 Uhr morgens sehen wir, dass ein Abwärtstrend eingesetzt hat. Wir beobachten niedrigere Höchststände und erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs hoch ist. Mit Hilfe des Reverse Charts können wir feststellen, wie weit das Instrument nach dem Erhalt eines Umkehrsignals gelaufen ist. Zum Beispiel hat der Kurs an diesem Punkt vom Hoch nach einem Rückgang um zwölf Punkte, und ich erinnere Sie daran, dass dies der Parameter ist, bei dem der Reverse Chart ein Signal für eine Umkehrung gibt, weitere neun Punkte in dieselbe Richtung zurückgelegt. Hier, nach dem Signal für eine Umkehrung, hat der Preis 22 Pips überschritten. Als nächstes, nach zwölf Pips Bewegung, Es fällt eine weitere 17. In diesem Fall sind etwa 20 Pips vergangen. Neun Pips. Und hier, zwölf Pips. Nachdem uns der Reverse Chart ein Umkehrsignal gibt, bewegt sich der Preis im Durchschnitt um zwölf bis zwanzig Pips weiter. Und wir können auf diese potenzielle Bewegung zählen, wenn wir eine Position eröffnen. Das bedeutet aber nicht, dass wir nach dem Erhalt eines Umkehrsignals sofort eine Short-Position eröffnen und darauf warten, dass der Kurs um zwölf bis zwanzig Pips fällt. Zusätzlich verwenden wir andere Analyseinstrumente, um einen guten Einstiegspunkt zu finden. Cluster Chart, Volumen, Tick Charts, Markttiefe und so weiter. Mit anderen Worten, der Reverse Chart gibt uns die Wahrscheinlichkeit, dass sich der lokale Trend ändert und ermöglicht es uns, ein durchschnittliches Potenzial für Wachstum oder Rückgang innerhalb dieses kurzfristigen Trends zu identifizieren. Betrachten wir nun den Reverse Chart am Beispiel eines Cluster Charts. Hier können wir sehen, wie viele Pips der Kurs durchläuft, nachdem der Reverse Chart eine Umkehrung anzeigt. Die ersten vier Umkehrpunkte haben hellere Farben. Wenn wir die Volatilität ändern, sehen wir, dass die ersten sechs Pips farbig sind. Wenn wir im Line Chart die Trendumkehr durch die Farbe bestimmt haben, können wir im Cluster Chart den Volatilitätsparameter gleich dem Modellparameter 12 Pips angeben und die gleichen Umkehrformationen wie im Line Chart mit dem Modell von 12 auf dem Cluster sehen und die gleiche Forschung betreiben. Anhand der Anzahl der Cluster können wir also sofort sehen, wie viel das Instrument nach dem Reverse Chart eine Umkehr signaliert. Um die Farbe des Charts nach dem Modellparameter zu sehen, wie wir es im Liniendiagramm gesehen haben, müssen wir den Clusterrahmen in den Einstellungen aktivieren. Auf diese Weise werden Cluster auf der Grundlage der Volatilität gebildet und die Rahmen werden entsprechend dem Modellparameter eingefärbt. Bei einem Liniendiagramm wird das Diagramm selbst entsprechend dem Modell eingefärbt. Das vertikale Histogramm hat einen solchen Parameter wie das Reversalvolumen. Gehen Sie zu den Histogrammeinstellungen Setup, Studis, Vertikales Histogramm. Wählen Sie in der Liste Umkehrung des Anfangsvolumens. Dieses Histogramm zeigt nur das Volumen an, das den lokalen Trend auf der Grundlage des Volatilitätsparameters umgekehrt hat. Mit anderen Worten, das Volumen der hervorgehobenen Cluster, hellgrün oder hellrot, wird zusammengefasst und in einem vertikalen Histogramm angezeigt. Die Anzahl der hervorgehobenen Cluster ist gleich dem Volatilitätsparameter. Anhand dieses Histogramms können wir erkennen, wie viel Volumen die Umkehrung des lokalen Trends verursacht hat. In diesem Fall wurde der Trend beispielsweise durch ein sehr hohes Volumen umgedreht. Daraus können wir schließen, ob dieses Signal relevant ist. Bei einem höheren Volatilitätsparameter können wir prüfen, ob es eine Korrelation zwischen der Größe des Umkehrvolumens und der Anzahl der Pips gibt, die nach dem Umkehrsignal vergangen sind. Die Einstellungen für den Reverse-Chart finden Sie unter Setup-Einstellungen-Mischung. Bei Reverse ist die Farbe des Reversalvolumens und bei Out-Seeder-Reverse ist die Farbe des restlichen Bars. Das gleiche gilt für Sell-Reverse. Das wäre alles für den Moment. Wenn Sie weitere Fragen zu den Indikatoren haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support über die Kontakte in der Beschreibung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit Die Aufmerksamkeit V for sale Die Aufmerksamkeit Untertitelung des ZDF, 2020